hallo hier ist martin von meinem bank ist dass die dachsanalyse für nun donnerstag den 28.12.2023 und unser dax hat sich hier erst mal gut in die kreuzung reingetraut zum mittwoch runter auf die 27.700 nachdem er positiv reinkam und dann kam der kollege hier und hat gesagt halt stopp nicht weiter mein freund und das hat er eigentlich genau das umgesetzt was man gesagt haben in der analyse wir haben gesagt kommt bestimmt vielleicht so um 800 820 rein stützt sich nach unten auf die 27.700 von dort sind aber auch wieder hoch und irgendwie zur seite raus ist genau das was gekommen ist also von daher gut gut in der erwartung geblieben und man kann jetzt auch nicht abstreiten dass er irgendwie unsere linie duft findet würde da fast denken dass er einfach weitermacht mit dem was hier getan hat und hier einfach weiter an der linie lang rumkrabbelt das überwinden von 820 das ist schon fast lang ein bisschen überfällig würde daher zum donnerstag eigentlich damit reichen dass wir mal an die 48 850 reingucken 860 so in dem dreh rum und bleibt da sich treu dreht er sich dort auch erst mal wieder um sollte es ein aufwärtskipp geben würde das dann schließen können und dann hier irgendwie wieder zur seite rauslaufen ja also ich erwarte weiterhin nicht viel es ist nach wie vor handelt zwischen den feiertagen das heißt wir haben sehr sehr dünnen umsatz sehr gering geringe volumina beachtet dass auch weiterhin richtung signalqualität dass die einfach schlechter ist dass man einfach auch ein bisschen ja ich finde ich sagen geduldiger ist aber was halt ein bisschen bisschen gröber einfach das ding dann anpacken ein bisschen mehr zeit auch geben dass man nicht irgendwie anfängt nach einer viertel stunde trade abzubrechen weil er in einem zu schlecht anläuft das hat einfach normal in der phase ja kann aber trotzdem dann sein ziel noch treffen da fehlt dann einfach das volumen und der druck dann halt um da ein bisschen schubkraft in die jeweilige richtung reinzugeben also von daher erwartet er nicht zu viel man verlangt nicht zu viel von ihm ab er versucht er nicht zu erzwingen ist halt einmal ein bisschen ruhiger unterwegs dann soll aber okay sein solange sich er in den erwarteten bahn bewegt ist ja auch ganz gut von dem besprochenen szenario über 8 20 48 50 reinzustechen wird er nur wegkommen wenn er unter 700 abtaucht dann muss man aber allerdings auch sagen dass 670 600 schon wieder unterstützung sind das heißt ich glaube und sondern gäbe so 620 rum 670 620 dass wenn dann wohl die anlaufstellen und dann wahrscheinlich auch schon wieder nach oben also glaube noch nicht dass ihm die impuls kraft dahingehend jetzt hier schon zukommt auch wenn man sagen muss wir haben sowas schon zwischen feiern tag manchmal gesehen man außer ganz ruhige tage und dann war ein tag der ist komplett durchgestiegen und komplett durchgefallen von früh bis spät wo alle dann gedacht haben krass was denn hier los und dann war wieder drei tage absolut gar nichts passiert plant da geht einfach ein bisschen gröber an den ran halt na also jetzt so zwischen der feiertage ist man wirklich glaube ich ganz gut mit beraten wenn man da ist ein geduldiger und ein bisschen gröber agiert und wenn man denn überhaupt drin rumfuchtelt muss man sich ja auch nicht zwangsweise geben ja und ja so können wir es denn gestehen lassen sollte unter 700 gehen haben wir 670 620 interessante punkte ansonsten würde ich hier wirklich schon erwarten dass wir über die 820 mal drüber stechen 840 850 vielleicht mal bedienen und dann wieder zurück kommen wieder rein hier in die hoch wie so 750 und dann da seitwärts raus ich glaube das würde ganz gut passen ja und von daher machen wir es nicht länger als es sein muss wünsche euch viel erfolg gutes gelegen haben wir uns morgen wieder bis sein tschüss